Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play und zwar spielen wir heute The Other Side und wir gehen direkt rein. Shelter 1. Official Civil Guidelines. You do not talk about going outside. You do not think about going outside. This place keeps us safe from the danger of the outside. Out there is death, out there is nothing. I believe that once. Until an explosion unfolded on the surface level. The crowd that gathered there they all saw. And nobody was surprised when they were missing the next day. You keep people on a metal box. One must show power. But they forgot one person. And I saw all right. It's time to leave. I thought we don't want to go outside. Yes, we want to go outside. Okay, let's see. How do we get out? Is it closed? Okay, okay. Wo sind wir? Item. Left click E. Drop item Q. Option escape. Everything I need to start drilling is there to get started. I should use the computer. Okay, also wir sollten den Computer nutzen. Press any key to continue. Chasing peril calibration. Checking for the hell failed. Install a drill into check... into casing for diagnostic report. Häh? Hier ist doch der Drill drin, oder nicht? Ist das nicht der Drill? Okay. Häh? Achso, muss ich den hier rausnehmen? Muss ich den da ein... einfügen? LOL Diagnostik Report, okay, 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 okay. Also, Boot Secure Level, Oil Level, Coolant, okay, ist alles, alles tuti-futi. Na dann, leg doch mal los. Okay, also, versuchen wir uns jetzt durch diese wunderschöne Tür durchzubohren, um zu fliehen. Und wir gucken mal, wie weit der Drill kommt. Was haben wir denn sonst noch? Ja, der ist ja nicht weit gekommen. Drillbit Function, Drillbit Secure. Okay, das heißt jetzt was? Ich muss den jetzt hier wieder nehmen, ich muss den hier reinpacken. Was ist denn der Drill... Drillbit Function? So, das Ding ist hier kaputt. Guck mal hier, der Bohrer. Dann nennen wir doch mal einen neuen. Ja, moin. So, wie krieg ich den jetzt ausgetauscht? Ähm... Austauschen? Okay, austauschen kann ich nicht. Was hab ich hier? Ist das ein Koffer? Was ist das? Ein Schraubenzieher. Muss ich dich hier rausschrauben? Irgendwas? Nee. Rechte ich hier? Okay, das ist vielleicht nicht richtig. Weil da muss ich ja nicht ran, glaube ich. Muss ich da mit ran? Was ist das? Was ist das für ein Werkzeug? Das sieht aus, als ob das hier oben in die Öffnung kommt. Ah, okay. Okay, okay, okay. So, jetzt kann ich wieder weitermachen. Diagnostic Report. Okay, sieht alles wieder gut aus. Na dann, leg weiter los. Wie oft muss er jetzt denn eigentlich rum? Muss er nur einmal rum? Oder muss er mehrmals rum? Ne, weil wenn er jetzt nur einmal rum muss, dann... Ist ja easy. Ist ja... Ja, kein Problem, wollte ich gerade sagen. Battery Charge. Muss ich jetzt echt dafür jedes Mal das Ding hier hinpacken? Wo ist denn hier die Batterie? Wahrscheinlich das Ding hier, ne? Bist du hier, Battery? Okay. Dann ist hier die Ladestation für unsere Batterie. Charging Progress. Okay, cool. Na dann... Könnten wir jetzt eigentlich auch schon... Könnte ich jetzt. Vorsichtshalber. Auch wenn es nicht nötig ist. Den Drill vorne schon mal austauschen. Einfach just for the rules. Weil... Dann ist das Ding ja wenigstens... Neu, ne? So, thank you. So, du bist fertig. Gut, dann nehme ich dich mal mit. So, dann dürfte uns ja jetzt... Der Bohrkopf, so wie die Batterie... Erstmal gar nicht so schnell... Puccicado gehen. So, die Idee dahinter. Ich wage es aber trotzdem zu bezweifeln, dass wir... Mit so einem Drill durch... Also, das sieht wirklich massiv aus, diese Metalltür. Alter, ist das dein Ernst? Was ist denn jetzt kaputt? Oil Level, Coolant Level. Ich komm da... Ich wollte gerade sagen, ich komm da gar nicht ran. Okay, wir haben ja vorhin schon gesehen, wir haben ja hier einen Schraubenzieher. Wo kommen denn die Flüssigkeiten rein? Kommt die hier rein? Ah, okay. Okay, let's go. Okay, das ist blau. What's do that? Komm mal weg. Ja, okay. Cool. Mach da wieder zu. Schraubenzieher. Und wieder dicht machen. So, dann packen wir das hier wieder zurück. Nein. Wobei, wir könnten... Wir haben ja... Wir haben ja keinen Zeitdruck aktuell. Ist zu 100% geladen. Okay. Na dann. Packen wir es wieder rein. Lassen wir hier einmal kurz die Diagnostik durchlaufen. Everything seems okay. Okay. Weil geht's. So, ich bin trotzdem noch der Meinung, dass wir... Mit einem Durchlauf, glaube ich, nicht rumkommen. Also... Nicht durchkommen. Weil diese Wand sieht echt massiv aus. Oder die Tür. So. Layer 1 von 2 Drill. Press any key to start drilling layer 2. Also, wir müssen... Final layer will activate shelter security measures. Remind, there is no coming back. Press any key to confirm. Okay, wenn wir das jetzt durchführen... Geht die Sicherheits... Geschichten an, oder was? Oh Gott, das hört sich nach Stress an. Ich muss fünfmal... Confirm. Also, beschädigen. Na dann. Auf geht's. Ich sehe nichts. Security arrived in 5 minutes. Ja, ist mir egal. Zieh durch. Torschen. Keep safe. Okay. Fuck. Okay, okay, okay. Also, äh... Wir... Jo. Okay. Ähm... Von hinten kann ja keiner kommen, ne? Also, glaube ich, oder? Oder doch? Wir haben fünf Minuten... Und wir sind ja hoffentlich in unserem... Eingesperrt. Was hat er hier? Battery charge und Drill bit function. Okay. So, dann, äh... Machen wir hier. Wir fangen erst mal mit Battery charge an. Weil das dauert, glaube ich, am längsten. Ähm... Dann Drill bit. Flutsch. Flutsch. Gehen wieder raus. Gehen wieder da hinten hin. Komm, jetzt... Latsch schneller! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich hab noch vier Minuten. Nun... Zieh durch! Okay. Okay, 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 okay. Ja, dann... Nun, mach! Ey, jetzt kommt der Computer hier und labert mich zu! Aber wir hätten vielleicht coolend auch nach... Also, vielleicht noch das Öl und so. Das... Das hätten wir vielleicht auch gleich noch machen können. Einfach... Vorsitz selber. Okay. Ey, ich hoffe, es sind auch nur zwei Layers. Und nicht... Oh Gott. Oder jetzt? Eule... Ja, ich hab's mir doch gedacht, ey. Du dumme Socke, ey. Wirklich. Ähm... Drill. Flutsch. Flutsch. Rauf. Auf, auf. Blau. Rot. Macht doch zu! Warum macht er denn nicht zu? Er macht nicht zu. Habe ich irgendwas falsch eingeführt? Oh. Warte, wir können ja nochmal kurz gucken wegen... Wir können nicht gucken wegen Battery. Aber wir gucken nochmal wegen... Wegen... Wegen dem Drill-Dingens-Bummens. Er geht safe. Geht er ja gleich kaputt. Bevor das der Fall ist. Wir gucken nochmal ganz kurz wegen der Battery. Okay, sie ist 100% geladen. Na dann. Raus mit dir. Oh, aber da geht's. Ja, 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 ja. Zieh durch. Zieh durch. Ist alles okay. Ist alles okay. Geh, 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 geh. Wir haben noch zwei Minuten. Zwei Minuten und er muss ungefähr da hin. Da. Nee, er geht jetzt nochmal kaputt. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Er geht nochmal kaputt. Was ist denn jetzt? Oil-Level. Coolant. Battery-Charge. Ja. Macht doch einfach mal alles. Okay, wir fangen an mit Battery-Charge. Dann machen wir hier vorne Schrauben 1. Schrauben 2. Schmeiß weg. Rot ist das Ding hier gewesen. Macht zu. Nein, nein. Ist doch weg. Äh. Macht doch. Er macht's nicht zu. Muss ich wirklich dafür den Schrauben zieh in die Hand nehmen? Oh. Ist ja gar nicht stressig. Ähm. Jetzt den da. Den da. Und. Gib ihm. Ja. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Geh still. Ach doch. Oh. Bitte, 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 bitte. Ich hab gar keinen Bock, dass die jetzt von hinten kommen. Ey, du ziehst es jetzt nicht an einem Stück durch. Ich hab jetzt alles nachgefüllt, was nachzufüllen ist. Oh, bitte, 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 bitte. Come on. Haben wir's geschafft? Wir sind frei. Yes. Ach so, ich kann auch noch rausrennen. Ich kann auch noch selber mich bewegen. Jawohl. Wir sind aus dem Komplex. Geflüchtet. Ist auch gar nicht mal so klein, muss ich mal sagen. Warum? Warum gibt's diesen riesen Metallblock? Egal, wir laufen zu Baum. Wir sind an der frischen Luft. Da, wo wir sein wollen. Hoffe ich. Also ich hab jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch vom Security-Typen gejagt werden oder so. Was ist das für ein Baum? Kann ich hier was machen? Oh Gott, hier steht was. This place isn't what it... The rest of the note is unentitulable. Was? Was? What the... Okay, komm, wir gehen wieder zurück. Ich kann nicht sprinten. Okay, ich versteh jetzt, warum wir in so einem Komplex... Okay, ich versteck mich hinter den Baum. Okay, wir verstecken uns nicht hinter den Baum. The other side. Das war The other side. Ich hoffe, euch hat diese kleine Demo gefallen. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, lasst uns gerne wissen. Ansonsten danke ich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten kleinen Let's Play bei uns hier auf dem Kanal. Bis dahin sag ich erstmal... Hang on!